Seit 45 Jahren der nackte Wahnsinn und die wildeste Party der Stadt. Lila B. Alte Größe, neue Location. Jetzt in der Messe Schnelsen feiert mit uns Norddeutschlands größte Kostümparty. Auf fast 4000 Quadratmetern, auf zwei Etagen, mit Livebands, sechs Dancefloors und der einzigartigen Lila B-Stimmung. Am 28. und 29. Februar in der Messe Schnelsen.